Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senzel Survivor wieder hier und zwar mit der Feierabend-Truppe Banshee und Beutel und mit mir natürlich. Heute geht's auf Customs. Ich musste von Mechanic Farming Part 3 machen, also dieses Grafikkarten-Paket aus dem Office vom Big Red abholen und naja, ihr werdet sehen, ob es klappt oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, haut rein, lasst gern ein Abo und Like da. Wir sehen uns bis dahin. Tschüssi, euer Senzlers. Oh, wir sind hier. Da müssen wir hinter, scheiße. Na, lass uns hintergehen, da kommen uns die Typen, die in die Probenbude wollen entgegen. Die knallen wir gnadenlos ab. Okay. Ich bin schon weitergerannt, ich renne hier zum Stash am letzten Zugwaggon. Gut, komm mit. Oh, alter, hat doch schon der M4? Oder was ist das? Matze, kommst du? Ja, ich sehe euch vorne. Ich nehme den Container. Wollen wir auf dann in die andere Richtung und oben? Ich habe den Bumkei gerade nochmal gefunden. So, ich nehme mal die Bus. War das eine M4 jetzt gerade oder was? Ich weiß nicht, würde ich sagen. Das sind ja. Die schießt immer noch und von links kamen definitiv auch Schüsse. Das klang wie Schall gedämpft, Leute. Passt auf. Ja, ich höre da, ich höre da definitiv Steps. Da drüben? Ja. Ich hau mal, ich hau mal ein Dings rüber, in eine Flasche. Da sehe ich keinen. Ich bin an der Leite. Ich bin hinter dir. Ich bin nach rechts gegangen. Oh, hier vorne schießt. Auch einer? Ja. Car-Batterie, scheiße, drüben. Achtung, ich bin an deiner Garage. Okay. Ich würde vielleicht hier sogar ein bisschen warten an der Leiche, irgendwie im Gebüsch. Ja, da kommt was, da kommt was. Ich, das bin ich doch. Wie, bist du schon am Fluss? Achso, nee. Von wo kommt bei dir was? Wartet, es kommt von der Baustelle was. Einer ist tot. Hast du den, Max? Ja. Bist du im Gebüsch, Max? Ja, ja. Okay, du hast die blaue Weste an, ne? Ja. Wir müssen aufpassen von dem, wie heißt denn dieses Exit hier vorne? Ich hab den Typen mit der M4. Ruhr auf Rotblock heißt es. Du hast den M4-Typen, ja? Ja. Geil. Genau, von Ruhr auf Rotblock hab ich was gehört. Sorry, Benji, jetzt hab ich's. Da bin ich ja, das kann nicht gewesen sein, oder? Achso, okay. Das war ein Level 2er, Alter. Ich bin da rechts hoch. Der hat bestimmt dieses Begrüßungsgeschenk, da waren M4s dabei. Mhm. Achso, der hat keine, keine gemottete M4, oder was? Nee. So, na dann. Ab zum Big Red. So. Ja, schau mal kurz mal gleich, wenn's okay ist. Ja, ja. Ja, lass dich dabei nicht erschießen, Alter. Ich bin hier hin, Matze, neben dem, neben der Gulaschkanone. Okay. So, ich bin vor zum Transporter. Okay. Okay. Ich hasse es hier jetzt rüber zu rennen. Ich auch. Vor allem hab ich ne Auto-Batterie eingestecken, das ist besonders lustig. Oh, 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 oh. Ode, geh weg, geh weg. Steht da rum. Der ist im Container, im Container. Oh, ich blute? Ich mein im Waggon, wollt ich sagen. Okay. Der hat mich völlig zerschancen, Leute. Ich auch. Wacken. Okay, ein C-Res mit. Dings? Ja, ich schon. Wenn der Granaten hat, bin ich im Eimer. Gut, das ist so schön. Oh, von hinten! Gut, bin ich schon wieder zerschossen. Sag mal was. Er ist hinter uns. Sind zwei? Er ist tot. Einer Minus. Ich bin tot. Wer rennt hier? Ich nicht. Schieß auf alles Benji. Außen tot. Ich bin tot. Scheiße. Warte mal, ruhig. Ich hatte Angst, dass das ändert, was von uns ist. Achso, du bist die Hebsen. Ich bin tot. 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 Und jetzt einen noch. Ne. Ich habe zwei erschossen. hey wo habe ich denn den zweiten erschossen sag mal ich gucke in den mülleimer wegen folder of intelligence im hinteren raum ich glaube jemand rennt ja ich auch hast du die lange seite in sicht ja ja weißt dass wir hier sind auf jeden fall hast du hier hat den beutel das ist der spiel hast du bleib erst mal oben drin oder mach einfach rotzbrech die tür zu dann ist er gezwungen hoch zu kommen weißt du ja die tür zu machen musst du gleich diesen diesen fleck finden ich höre den links neben mir benji also das könnte sein dass jetzt durch die kurze seite gleich kommt vielleicht sind es auch mehrere was sagen weil er schießt oben auf den container oder was das ging auf sich beutel hatte ich das gefühl da kann mich nicht sehen das stimmt da ist der container der hat gegen den container geschossen das ist aber kein gutes zeichen dann hat er wahrscheinlich so ein cheat ja so ein wallhack wo er dich durch die wand zieht so ein blitzklamm hast du nicht so ein nazar hier mir kam es vor als hätte der vom gleis aus irgendwie geschossen ja ja genau vom gleis aus auf mich und ich stehe hier hinter dem container der quasi gegen gegenüber vom langen ausgang ist okay da können wir doch runter rennen benji oder genau da wo du rauskommst also der ist an der also ich glaube dass ich glaube dass sie sich trotzdem kommt kommt und links auch also einer kommt auch durch die kurze seite ich kann es hinlaufen heute der andere hat auch hinlaufen diese arschgeigen die wissen ganz genau lebst du noch ja ja ich habe ihn zuerst gesehen Luftgranate hast du ihn? ne bist du unten benji? ja ja so wer hat von links beschossen? hat einen? sehr gut hau hast du tot nein es sind auf jeden fall mindestens drei ich würde eigentlich mal runter kommen wollen kommt einer aber wie wurdest du von hinten erschossen? zweiter scheiße einer ist da zwei sind noch drin sind die drin in der halle schon? ja scheiße mann ich kann noch nichts machen die sind hinter dem container dann haare einfach dort außen behalt den eingang im blick wenn dort einer reinkommt schießt du die einfach weg die customs ist so eine drecks map läufst du da hinten rum beutel? ich bin tot 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 okay jetzt du weißt du mut deine kun ist du envy du Das war's für heute. 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 Das war's für heute.